Und damit willkommen zurück zu einer anderen Folge Let's Play Dark Souls Remastered und wie ihr seht, wir befinden uns jetzt immer noch in der Stadt Schandstadt, nachdem wir in der letzten Folge den ersten großen Boss wieder mal gelegt haben, was ich sehr gut fand, nach ungefähr drei Anläufen haben wir es geschafft mit unserer Superwaffe und ja, wie gesagt, wir sind jetzt in Schandstadt, beziehungsweise ein Teil von Schandstadt, das obere Teil davon. Denn man kann hier weiter runter, wie ihr schon seht, da unten liegt eine Seele oder irgendwas ist da unten. Okay, kriegen wir Besuch? Kriegen wir Besuch? Nee, ich glaube nicht. Ja, wir haben in der letzten Folge relativ viel erreicht, für mich persönlich sehr viel Plus, wenig Minus. Also alles gut, ah, da geht's auch schon wieder los und hier muss man aufpassen, denn diese Hunde sind Feuerhunde. Du Arschle. Und da ist ein Typ, der verg... Ja, 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 wow. Gut, ich kam jetzt gar nicht hinterher mit dem Reden, das ist okay, kann ich mal durchgehen lassen. War lustig jetzt. Super Beginn, super Einstieg, gleich tot. Geil, yay. Okay, so, okay, jetzt muss ich aufpassen, dass ich hier nicht wieder runterfalle. Und ja, Schandstadt, man sieht es schon, oder man sieht es nicht, ist eine etwas sehr düstere Gegend. Die ziemlich bescheiden ist, also ziemlich hässlich ist. Oh wow. Lass mal den Köder wegtreten, also den Winti, ne? Ja, ist gut. Gut, ist gut, ist gut. So, hier ist irgendwo ein Typ, der... Okay, ich gehe kurz safe. Ähm, genau, da oben ist so ein Heinz, der uns vergiften kann, was ich nicht gut finde. Sehr schön. Natürlich gleich wieder das Schild ausgepackt, weil, wie gesagt, ein Heinz, der Gift macht, ist nicht gut. Ich weiß bloß nicht, wie ich da am besten zu ihm hinkomme. Und die Frage ist, komme ich... Schau mal, ich habe hier unten irgendwo eine Seele gesehen. Hier irgendwo habe ich was gesehen. Bin mir aber nicht sicher, ob ich das richtig gesehen habe, oder es... Kann ich hier lang gehen? Oh fuck. Ähm, okay. Ähm. Okay. Gut, hier ist es keine Seele, also... Nichts Brauchbares für mich. Da kommt mein Nitterfreund. Hallo, Mr. Sperrmann. Sehr schön. So, Mr. Sperrmann schläft. Okay, und wir könnten theoretisch jetzt noch eine Runde upgraden. Ich könnte ja mal upgraden. Ich könnte ja mal gucken, können wir... Was können wir upgraden? Was bräuchten wir am dringendsten? Beweglichkeit haben wir für 10. Was macht er? Okay. Ausdauer haben wir 124, Belastung 17, und bis 71,8 können wir gehen. Ich behaupte jetzt mal, wir können langsam was anlegen. Wie gesagt, ich weiß halt nicht, wenn das so rot ist. So, wenn es rot ist, ist es für mich immer eine Sache wie, ja, nee, das kannst du nicht machen. Ich bin ja mal just for fun, einfach mal was bräuchten. Wir sagen das hier, und dann einfach mal hopp. Ja, ist schon, ist schon in... Nee, das ist nicht cool. Das ist nicht cool. Dann sind wir schon wieder in Fett. Irgendes bösen Auges, den hatten wir. Genau, da gibt uns die halbe Energie vom Gegner. Wenn wir ihn besiegt haben, kriegen wir die Hälfte des Lebens wieder. Finde ich persönlich jetzt gut. Viele würden sagen, nee, das ist scheiße. Aber wie gesagt, jeder kann es ja spielen, wie er will, ne? Gut. Okay, ah, guck mal. Okay. Mal nochmal kurz hochgehen. Ich habe nämlich schon die ganze Zeit immer eine Leiter gesucht. Ach, guck. Dann kriege ich garantiert nicht von hinten mit Backstep. Weg. Warte. Okay. Zumindest fällt er nicht um. Aber wie gesagt, wir können noch leveln. Da hinten ist... Oh ja, ich höre schon Dinge. Ich höre Dinge. Und ich sehe, Mr. Fetty. Nein, ist es nicht. Mr. Fetty! Wow. Ja, das kam jetzt überraschend. Ich bin gerade ein wenig... Na, hallo, hallo, hallo. Na, jetzt ist gut, Mensch. Heißt euch am Rimmer. Gibt es nur immer. Heiß Feuer! Juhu! Gut, das wilde ich nicht machen. Das war sehr interessant, sehr aufschlussreich. Ja, das war sehr aufschlussreich. In vielen Sinnen, Dingen, Dingen, Dingen. So, guck mal hier. Vor allem, was ist denn mit dem los? Wo ist denn der dort in den Pass gefangen? Oh, eine Sau. Oh Gott, scheiße, der hat sogar überlebt. Theoretisch müsste da jetzt von oben kommen, ne? Da müsste jetzt die Leiter hochklettern. Ich weiß gerade nicht, wo die Leiter ist. Deswegen warte ich jetzt mal auf ihn. Kommt er? Das ist halt so verdammt dunkel, dass man absolut nicht weiß, wo man... Oh, ähm... Oh, ähm... Gut. Also nein. Okay. Okay. Cool. Nicht cool, weil... Ja, nur fliegen ist schöner, ne? Man kennt es. Weiß jetzt, natürlich meine... Oh, guck mal. Was willst du denn? Oh, leg dich schlafen, Junge. Okay, ich muss aufpassen, wenn ich hier rolle, ne? Dass ich nicht irgendwie ins Verderben rolle. Ähm... Ähm... Aber ich will nicht gerade... Warte mal. Okay, gut. Oh, den würde ich am liebsten von oben einfach so runter snacken. Problem ist, dort sind meine Seelen. Ich würde sie gerne haben wollen. Kann ich mir die Seelen holen? Ich riskiere es. Wenn ich sterbe, ist schade. Aber okay, kann ja nichts. Seid dumm gelaufen, dann. Okay, cool. Haben es überlebt. Easy, pie, pie. Und ich sehe nichts, weil die Kamera mir so kacke in den Weg rennt. Nein, du blöde Sau. Blöder Wuffi Wuff. Okay, warte mal. Also, wir können da lang gehen. Ich habe Angst, dass hier irgendwas... Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Eiser. Ja, genau. Als ob. Was? Alter, was? Okay. Kleines Schlecker-Mäulchen, hä? Jetzt aber jemand Hunger gab. Na gut, jeder hat Hunger, ne? Aber das ist schon heftig. Ist schon richtig mies. Also, hm. Weiß ich nicht. Kann ich nicht gut heißen. Okay. Ist halt auch schön, dass ich das nicht sehe. Na, ich sehe das halt nicht. Ihr habt es ja gerade mitbekommen. Schlage quasi blind irgendwo hin. Oh, scheiße. Wann hat das Wort? Äh, da lang. Immer wieder zurück, ne? Wir wollen doch nicht, wir wollen doch hier nicht jemanden erwecken, den wir nicht haben wollen. Den wir nicht leiten können. Hallo. Ich kann nicht leiten. Oh. Und aktiviert. Na? Na? Weiß ich. Räuche. Komm ich da irgendwie hin, ohne... Ohne irgendwie... Ohne irgendwie... Ohne irgendwie 10.000 Leute zu triggern. Wie gesagt, das sind gutes. Okay. Ich muss, glaube ich, gleich mal kurz Break machen, weil, ne? Immer schön, wenn man nicht reden kann. Komm doch mal da runter, du Hand. Ja, komm, 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 komm. Besser. Kameran. Ja, jetzt klappt das, jetzt klappt das auf einmal. Jetzt kriege ich einen perfekten Slarkin, du willst mich doch... So. Was gibt's hier oben, wo ich irgendwas mache? Ich hoffe, ihr erkennt was. Aber es ist halt, ne? Schandstadt. Schandstadt ist halt so ein Völkchen, so eine Stadt, die halt ein... Dunkeln. Und ich will meine Seelen haben, aber ich kann jetzt nicht darunter springen, weil ich tot bin. Und ich glaube kaum, dass ich so einen perfekten Run, gerade wo es, äh... Wie ich jetzt da hingekommen bin, nochmal gut hinbekommen kann. Wann es schlimm ist, wenn ich das jetzt versuche? Step. So, trotzdem Durchbruch. Ich find's halt interessant, dass das immer wieder passiert, dass man durchbrischt und die Hunde kommen. Ach, komm. Hör doch auf. Gut. Gut, äh... Kameran, geil. Sehr schön. So, okay. Durchatmen. So, jetzt wird's wieder risky. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Okay, ich hab's geschafft. Oh mein Gott. Dieser Typ ist scheiße. Was ist schlimmer als dieser Typ? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Zittern, zittern ist schon was Feines, ne? in der ganze controller beziehungsweise wenn man selber die hände so nervös ist man zittern muss jeder muss klumpen mit blumen ja geil wahnsinn dafür ist kirch mein leben für etwas was ich schon zigtausend mal gesammelt habe aber hier gibt es zumindest noch was zum sammeln auch wenn es nur eine seele ist eine kleine seele kann man mitnehmen da hier auch noch eine seele gehabt aha okay ich könnte theoretisch könnte ich darunter job ja halt traum pur trecken ist groß in chance ach guck mal wir sind wieder zurück hallo wir sind wieder da zurück zum bonfire geile sache oben lang wir gehen jetzt mal oben lang gleich findet man ja unseren ausgang dass wir zum schmied kommen gehen wir vielleicht mal die klut geben können die wir ja schon einen falschen schritt ich weiß ich hätte jetzt leveln können da kann man irgendwie kamera gucken ob das das ist ja das ist das sieht gut aus okay gut wir können jetzt hier hoch gehen das gehen wird auch noch sagen guck mal hier sein weg ja das sieht ja schön hat geklappt endlich mal wieder schön hinten rein in die nachher guck mal wir sind wieder ja ich weiß wo wir sind wenn überhaupt wenn überhaupt ich will jetzt nichts versprechen ich weiß wo wir sind ich weiß wo wir sind ich will jetzt nicht sterben weil das könnte für mich böse ausgehen auf mehreren arten und natürlich was war es gewesen das gift hat mich gerübt ja ich habe was dagegen gegen das gift aber es nutzen konnte ich jetzt nicht weil ich jetzt zu fixiert auf den ganzen mission und wie interessant das ist das ja alles wie vor auf er steht jetzt muss man natürlich staunen drücken durch meine seelen wieder bekomme aber zumindest weiß ich wo ich lang gehen kann und erst mal ein bisschen durchatmen kann haupte ich einfach ich habe mich ne warte mal das war ein anderer ne oh ist da noch jemand alter wow scheiße voll oh auch jemand der zu besuch kommt okay gut das reicht jetzt aber ne jetzt seid ihr alle rip alle rip 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 roger gute rip oh warum wackelt das denn so oh Gott ich kriege jedes mal ganz sauber wenn ich da lang gehe okay ich weiß auch nicht wo den kopf sagt man ja so schön ja du arsch du kannst weg gehen sehr schön so ist auch dir noch was hab schiss dass ihr irgendwas okay finde ich nicht gut dass es hier lang gehen kann aber so ist es nun mal ne irgendwo gibt es nur einen weg der glaubt yes yes und tschüss wenn ich richtig bin dann müsste ich bin nicht richtig wo bin ich doch ich bin richtig und die dicken klöpse mir hinterher nein ich bin nicht richtig ich bin zurück zum ach du willst mich doch veracht ich bin beim ach schön ich bin zurück in der kanonisation ey geil Mann hat das jetzt viel gebracht ach guck mal wir könnten den könnten die ganzen sachen von ihm kaufen und könnten uns als ausgeben können ich könnte sagen wir sind dein Bruder da komme ich denn jetzt überhaupt die frage ist jetzt komme ich überhaupt wieder raus aus der kanonisation aber wieso wieso bin ich so klug und bin jetzt wirklich den ganzen weg bieter bisher okay 48 will die nicht verlieren ich anstatt ist eine Elbtraumstadt mit mehreren Art und Weisen weiße ich gehe jetzt noch mal hier hoch ich gehe jetzt erstmal zum bonfire weil ich will ja meine ganzen seelen erstmal bei wars auf spiel setzen wäähähäh fackl man fack komm mir mit deiner fackl an oh arsch schön ok ok gut ähm aufsteigen gut resistenz resistenz wäre gut erläuterung er wollte man irgendwas zu okay assistenz gegen irgendwelche sachen okay wir können und ich würde sagen dass dann machen wir noch ein bisschen kondition und die zonen war belastung belastung genau kondition belastung stärke können wir noch ok beweglichkeit was war beweglich erst mal gucken echte waffe haben wir nicht wir haben wir haben linke waffe wir haben linke waffe da würde ich sagen wir machen das noch ok cool aber haben noch einige seelen übrig wie gesagt ich will nicht unbedingt alles verlieren muss nicht sein und da kommt er kommt und geht einer weiß woher stehen blöde rattenpest dieser angriff von denen dass die sehr schnell zuschlagen können wo ich hier was machen kann ok cool also wir sind wieder wir sind weit gekommen weit weit sind wir gekommen wow wusste ich dass das passiert oder wusste ich das nicht wenn wir da jetzt gerade nicht so sehen wie gesagt ich würde gerne weg herausfinden aus dem ganzen ohne dass ich hier jetzt durch schand statt nochmal latschen ne stimmt heimkehr knochen bringt mir jetzt gar nichts weil ich ja jetzt hier an das feuer gesetzt jetzt muss ich mich wieder bis dahin durch boxen habe ich es gemacht einmal runter bitte weiter jetzt merke ich mir hier geht es steil ab machen wir einfach gerade auf er stimmt hier sind naja hallo großer typ habe ich die waffe doppelt genommen ja habe ich weiße auf hier das ist das hier ist nicht hier 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 ich Wollte einfach mal nach von hinten aus so schön, zack, geschmeidig. Ja, toll. Danke. Ach, Scheiße. Oh, Mie. Alter. Gehen wir jetzt nur auf den Sack hier. Mal ohne Witz, gibt es hier nicht noch irgendwie einen Weg, wo ich lang könnte? Ohne, dass ich jetzt wirklich zurückkehren muss und schonstehle. Dass ich irgendwie einen Shortcut übersehen habe oder irgend sowas. Aber gut, schon alleine wegen meinen Seelen muss ich jetzt eh erstmal wieder dahin. Die hat wirklich so einen super Schlagkamm, die mich hier komplett wechseln. Unfall. So, okay. Okay, wir gehen jetzt, wir versuchen uns jetzt bis zum nächsten Bonfire durchzuprügeln. Und gucken uns dann dort weiter um, was es da noch schönes gibt. Also, straight geradeaus durch. Nirgendwo abbiegen oder sonst irgendwas, sondern einfach straight durch. Ne, weil sonst haben wir wieder das gleiche Problem wie hier. Und das muss ja dann auch nicht sein. Gut, der hat nichts getroppt. Gerade, aber gut. Hallo mein Freund, hallo mein Freund. Du bist alleine ohne deinen Freund. Oh mein riesengroßer Freund. Nein, vergiss es. Mit deinem Ausschlag kannst du vergessen. Autsch, du Arsch, du Alter. Was er halt wirklich so einen heftigen Giftmodus macht. Ist unfassbar. Aber hey, was soll man sagen? Es ist Schandstadt. Die Stadt des Hasses. Jetzt geht es endlich. Eine Fresse. Wenn wir wegsnacken hier. Sehr schön. Gut, dass wir die droppen können. Was ist eigentlich mit dem Jauchekü? Was hat es damit aussehen? Doxifiziert Feind wirkt auch auf Spieler. Ne, warte mal. Ähm. So. So. Brauche ich ja jetzt eh nicht, ne? Kötterschödel, äh. Kötterschödel. Ja, ja auch ein Kühlkleid. Kann ich das werfen, oder? Ah, okay. Hm. So, im Werfen bin ich jetzt nicht gerade der Beste. Ah, cool. Gift gegen Gift. Ähm. Gut. So, ja auch ein Kühlkleid ist für ein Arm. Auf. Die aber auch immer treffen können. Sehr schön weg damit. Ich versuche immer von hinten Backstab. Aber immer wenn ich das... Klappt das nicht. Es ist, es ist eine Schande. Gut ausgewischen, Junge. Sehr schön gemacht. Okay, ich schlafe gut. So, jetzt gehen wir mal da unten lang. Ja, ich habe gesagt, wir boxen uns bis zum nächsten Bonfire durch. Aber... Ich würde schon gerne wissen, was es da unten noch schönes gibt. Wenn ich da jetzt überhaupt hinkomme. Gut, wohl gemerkt. So, gut. Gut, immer schön einer nach dem anderen. Wir haben genug Zeit. Yes. Fortschritt. Ich liebe es. Ich liebe es, wenn etwas funktioniert. Auch wenn es langsam ist. Was gibt es hier unten? Das würde ich... Außer natürlich der Tod. Weil er auf uns wacht. Ja, geh an die, sobald ich rufe. Hm. Okay, warte mal. Nein. Nein, nein, nicht. Bitte nicht. Nein, alter. Hörst du auf? Alter. Ähm. Okay, gut. Kann man... Kann man irgendwas dagegen machen, dass die einen so... Äh... ...anschotten, essen, pillen und... Ja, äh... Kann man da irgendwas machen dagegen? Also ich dachte, ich hätte es jetzt überlebt. Ne? Ausnahmsweise mal diesen Angriff überleben. Wäre auch schön. Aber dann bin ich doch gestorben. Was... Na gut, wir kennen das Spiel. Okay, vielleicht doch erstmal zum Bonfeuer, damit wir nicht so einen weiten Weg immer haben, bis hin zu kommen und dann da hin und da hin. Nein, ich würde gerne schneller runtergehen. Alter, klar. Oh, warte. Falsch. Falsch ausgerissen. Weiße. Nein. 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 So gefällt mir das. Äh, wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Hallo, Mr. Big Man. Oh, fuck. Du dummes. Also nun, was hast du jetzt davon? Wenn ja auch ein Küklein getroppt, würde ich es gerne mitnehmen. Aber gut, wenn es, wenn es nicht mir geben kann, dann muss ich eben selber ran. Hallo, Big Mac Nummer 2, hast du was Gutes für mich, außer dass du hier ausschlägst, wie so ein Wahnsinniger. Ja. Ah, weg, 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 weg. Keine Jahre Küklein. Das war der. Ich bin voll der Jahre Kükle. Äh, im Moment, war es nie los. Zwei gegen einen. Ich glaube, mein Schweinfall. Falsch, war nichts. Kusch, kusch. Okay, das klappt gut. Nächste, bitte, wer will, wer will, wer hat noch nicht, du bist blind. Hallo. So, dann, Alter, was ist denn hier los? Ja, gucke mal an, dann nimmt er eine Abkürzung. Aber schön von hinten. Gut, da kommt auch schon der nächste Mann, der nimmt den richtigen Weg, weil er es kann. So, schlaf gut. Da ist am Anfang Probleme gehabt und jetzt läuft das wieder wie... Waschen? Oder war das jetzt nur das Zeichen der... Ach, guck mal, da hinten ist es Bonfire. Bonfire. Ja, stimmt, das sind gar nicht... Hm. Wenn man es mal so betrachtet, sind wir eigentlich gar nicht so weit entfernt vom Volk. Nur wenn. Ich vergiss es. Man, oder was du auch immer bist mit deinem halbtoten Skelett, Freund, da. Gib mir deinen... Zehle. 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 Waren das wirklich die Typen, die ich hier einfach mal so weggessen? Hilfe. Oh. Ne, warte mal. Ähm. Ganz lang. Chillen. Und tschüss. Oh, okay. Der Typ überlebt, finde ich nicht gut. Äh, hallo. Sehr schön. So, jetzt warten wir auf unseren Freund, der die Leiter hochklappt. Äh, äh, da sind wir auf unseren Freund. Der Leiter-Kletterer. Das ist doch. Kann ich hier runter? Guck mal, das sieht doch... Warte mal, ich geh mal lang, ist er... Ich hab' Schiss. Ich hab' Schiss. Kann, ich kann... Genau nach Plan. Böhn. Das gefällt mir, wenn was nach Plan funktioniert, kurz rasten. Und weiter geht's. Ne, wie gesagt, jetzt... Wobei, warte mal kurz gucken. Rüstung reparieren. Wie sieht's aus? Schwert des Grabfürsten. Ja, komm, jetzt... Also, ich geh' da gerne, äh, sehr drauf ein, dass man... ...dass man... ...dass man reparieren kann. So, lass' mal gucken. Ein, Statue. Takt. 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 Hier ist ja... Hier, guck mal, hier zum Beispiel. Der Sack zeigt mir blau an, 16 Komma, ne? Und das ist das, was ich... Also, wonach ich besonders spiele. Ne, zumindest einige Spiele spiele ich in dem Sinne so. Feuerabwehr... Krieg, Stoß, Schlag. Schlag gibt mir mehr Kraft. Also, könnte ich jetzt quasi auch die Maske aufsetzen? Ja, ich bin jetzt ein Halb. Wenn ich jetzt allerdings... Ne, das ist... Ist das immer rot? Ist das immer rot? Ah, na gut. Wenn das immer rot ist, dann... Ja, weiß ich nicht, ob... Soll ich überhaupt nen... ...was anzuziehen. Hallo. Hast du dein Wufi mitgebracht? Nein, hast du nicht? Das ist auch blöd. Aber Wufis kommen jetzt. Also. Der blöden Köder, der blöden Köder, der blöden Kö... Der blöden Kö... Tja, da hatte der hinter mir wohl nix mehr zu tun, ne? Paparaturpulver könnte man auch mal probieren. Weiß ich nicht, ob das auf der Waffe überhaupt möglich ist. So die Waffe reparieren kann in dem Sinne. Weiß ich jetzt wirklich nicht. Ne? Ne? Ich bin erst mal froh, dass man die Waffe überhaupt reparieren kann. Ne? Dass das nicht so eine One-Chance-Waffe ist. Sollte sie einmal, äh, benutzt wurde, kann sie jederzeit... Oha. Kann sie jederzeit kaputt gehen. Auf ewig. Oh, oh, oh. Oh, oh. Hallo. Sehr gut. So, sehr schön. Oh, ich freue mich gerade, dass hier alles perfekt klappt. Wie sauer. Fresse. Nein, 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 nicht dieses, dieses Scheiße-Gift-Kacke. Ich meine, hey, ich habe zwar was dagegen, aber, also... Nein! Oh, kann ich irgendwas, kann ich irgendwas, ich kann... Ich habe die Schnauze voll hier. Alter! Ich habe die Schnauze voll hier. Alter! Oh, Hunde sind das Schlimmste in jedem Spiel, man kennt es. Das Schlimmste, was man im Spiel haben kann, sind Hunde. Wie gesagt, in jedem Spiel. Alter, was ist das denn für ein fettes Mach? Ähm. Oh. Okay, ich... Ich habe Schiss, ich weiß nicht wo... Ich höre Geräusche. Alter, ich geht, was ist das? Was? Oh. Ah. Magen, Blut, Wurm, Ekel oder was? Nein, na, erstmal schon. Weil... Ich habe mir schön aus dem getroppt, weil jemand in den Nirvana gespielt hat. Warum? Ah. Hallo? Die Leute, kommt, macht mir jetzt keine Angst. Ich habe Angst. Ah, da ist eine Leiter. Wie das? Scheiße. Ja, genau. Weil ich das gemacht habe, geht es schief. Komm. Das soll eine Wahrheit sein. Wenn ich was versuche, geht alles schief. Super. Ist hier oben mal ein giftfeil spuckender Heini? Baum Heini? Aber das ist so ein Baumwesen, ne? Baumwesen? Also sie zumindest... Ja, guck mal. Guck mal. Baumwesen, eindeutig. Hm. Die La Moos Club. Dankeschön. Trinkt mir das was. Eine andere Frage. Wichtige Frage. Oh. Hier. Hallo. Ah. Ach. Hi. Na du. Autsch. Autsch. So. So hinweg ist sie. Ähm. Nun. Sieht interessant aus. Mich interessiert halt doch diese fette Mate da unten. Guck mal, da ist jemand auf uns auf Messer. Gut, ich würde sagen, wir gehen mal kurz hier lang. Ich bin nicht mal menschlich. Das ist ja nicht tot. Böhn. Danke. So, äh, okay. Kurz runtergehen. Nur mal gucken. Keine Ahnung, was hier passiert. Ach. 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 geräusche und da ist ein freund der spucker innere kraft ok noch kraft ist sehr guter glaube ich glaube ich sehr gut okay ja sie kommen nicht ausgeburtes bösen es ist jetzt kein gift nur was ich habe das war was anderes was sie mir das ding so verkorkst ist gesagt ich habe keine ahnung wo ich jetzt gerade lang laufen ich bin froh dass wir dieses nette klick match für acht hier sind wir wieder toll angeschön ja das ist doch schön ach mensch ja gucke mal so schnell kommt man wieder zurück zu diesem weg ja gut die zeit läuft noch sehr schön alles noch holen ja komm so ok hier unten waren die ich habe in jedem moment egal was ich mache ich habe ja was hier passiert ich habe ich das halt wirklich wenn jetzt hier irgendwas hat loschen adler schild ist aber ziemlich in bahn noch mal gucken hier okay okay also wie gesagt das ding hat gewischt 6,0 bringt uns macht uns total mies mal gucken wie viel hat unser krass wappenschild okay die baffen sind halt ziemlich die schilde sind halt schon ziemlich gut hier zum beispiel mit der wilden begabten ein schild von ungewöhnlicher form mit einer schwarzen spinne darauf wieder steht gift warte mal wieder steht gift wir sind ja in einem giftgebiet hätte ich mal eher drauf und können ach so giftgebiet tja was ganz neu ja gut ne wenn es so funktioniert wie ich mir das jetzt gerade vorstelle dann dürfte das für uns was gut wenn ich dann ähm hallo oh hä komm denn da jetzt auf einmal her oh scheiße was hey wo kommt denn der jetzt her du dumme sau wo kommst du denn jetzt her ach ja krass wappenschild cool schön ach man ey aber ja gut zu wissen ich will nicht treten ich will aufs maul hauen kann das sein dass diese baumwesen one shot sind dass sie quasi nur einmal kommen hallo saaten und wieder gehen ich glaube ja ich glaube ja guck mal da ist nicht mehr da das ist gut ich würde gerne wissen was das ist ich weiß seelenmäßig gerade wenn die weg sind ich will jetzt wissen was das ist wie ich da am besten herankomme und es wird 100 pro eine seele sein also es wird jetzt nichts sein wofür sich das ganze lohnt lohnt ich doch seele nix wofür sich lohnt ein arsch auf zu okay cool cool das haben wir geschafft das ist schön weiter geht's ne sehr schön dass man kostenlos seelen mitgenommen auch immer spielen mit an ich höre ich höre aber ich sehe nichts jetzt ist die frage wo kam dieser lumppatsch und dieser dicke typ her du bist nicht der den ich suche warte mal bild eines namenlosen kriegers vielleicht eines vorrangigen ritter von der store seien verzauern blauen schilder das brauchen wir haben euer schaden recht wenn man das sieht sieht auch cool aus ne guck mal hier schön mit ja gut das sieht cool aus im dunkeln sieht das immer cool aus bald licht dran kommt ist das nicht mehr cool aber wissen wo war die im euro hallo was du hast du das hast du das der mir auf dem sacking also jetzt ist gut hört auf wird auf hier weiß ich okay das diesen teil guck ich mir noch an ja hier lang nein aha tomo hund das beste wäre von mir einfach runterfallen lassen dann heute verfreude ohne irgendwelchen grund einfach jetzt wollte ich kurz jetzt wollte ich jetzt wollte ich dazu gesagt ich wachte aber der kam jetzt doch schon etwas über es ist keine kluge idee auf so einem hohen gebiet der ausschlag von ihm das war jetzt richtig beschissen ja das war beschissen nicht einmal richtig getrunken das hätte sein können das hätte sein können das nicht eine andere möglichkeit und ohne jetzt den ganzen weg hier wieder zu den hunden in summen hunden die nichts besseres zu tun haben als feuer schweigen könnten mich töten will die sich aber auch bewegen also blöder und es gibt es doch nicht du dummer hund die 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 Dafür ist ja Schandstadt bekannt zum Ausrasten. Aber wie gesagt, gut, dass diese spuckenden Heinis nicht mehr da sind. Das ist zumindest schon mal was. Sehr gut, das war schon mein Freund schlafen. Das tut's. So, der nächste bitte. Ich warte jetzt. Hallo. Ja, da ist er schon. Hallo. So. Der Klumpatsch incoming, gut. Ich bin kurz weg. Versuche zumindest irgendwie hier wieder eine schöne Idee zu machen. Die absolut. Kommst du jetzt her? Alter, das ist uncool. Ey, wenn ihr, wenn ihr zehn von euch kommt. Ich seh nix. Oder ich seh. Ich hab grad echt nix gesehen, ne? Oh shit. Ich wollte mich grad heilen. Du? So. Gut. Das Gebiet haben wir. Oh. 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 Okay. Okay. Es geht bei... Oh. Was ist denn das? Okay. Nur mal gucken. Nur mal gucken. Wie gesagt, Zeit ist schon längst rum. Nur mal gucken. Was ist das? Ist das überhaupt irgendwas? Ich... Jetzt... Oh. Ich hab Schiss. Und es ist... Ein Durchgang. Okay. Cool. 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 Hey. Ähm. Nach unten. Natürlich. Ich hab kein Ei... Oh mein Gott. Was ist das? Was zum Teufel bist du? Ich hab ein Kappen von einem... Kappen. Aha. Ne. Ne. Okay. Kann ich hier irgendein... Komm schon wieder dieses Gänsehaut-Feeling. Irgendwas falsch zu machen und dann zu sterben. Okay. Aber gerade ganz kurzes Problem. Muss mal kurz gucken, ob die Aufnahme noch läuft. Okay. Läuft alles noch? Ich hab hier fast Angstzustände. Mit einem langen Rüssel. Aber gut. Wir sind ja Feuer... Geschützt. Ah. Ist wieder so ein... Hä? Hat uns getroffen? Wieso hat der uns... Äh. Reinstos. Dumpf hier. Ah. Na gut. Aber wir sind resistent, ne? Ich meine, wir kriegen jetzt nicht mehr so oft eine aufs Baul. Also... Doch. Gut. Ich habe nichts gesagt. Lila Moos Klumpen finde ich gut. Ich würde sagen, schnell mal machen. Also... Mantel und Kleid... Oh Gott. Giftfliege. Fliegen, die man nicht wirklich nachvollziehen kann, von wo die kommen. Okay. Gut. Okay, gut. Wir haben Kleidung. Kann ich die Kleidung vielleicht jetzt anlegen? Äh. Äh. Ja. Nein. Ja. Gut. Wir sind immer noch zu happig. Wenn der stellt sich raus, es wird nicht anders werden. Es bleibt zu happig. Oh Gott. Nein. 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 Schüss. Der Herman. Ja, circ. Okay, cool. Wollen wir einen Bonfire haben leshi? Mit mir Feuer. Fire in the hole. Mit mir Feuer nicht so eine fette Mate da unten. Ekel. Da geht's nicht lang, okay. Geronimo! Au. Das darf natürlich nicht passen. Oh Gott! Nein! 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 Keine! Nee, komm. Ja, genau. Die machen irgendeine Scheiße mit mir. Die ich nicht abkann. Und du auch. Ich bin jetzt hier ein ganz wenig Safe. Oh Gott! Ja gut, da würde ich sagen, mache ich ab hier erstmal wieder eine kleine Aufnahmepause. Das war eine weitere Folge Dark Souls Remastered. Wir sind gut vorangekommen. Wir befinden uns jetzt in einem nicht so schönen Gebiet. Ich weiß nicht, ob wir es überleben werden. Wir werden zu 100% sterben. Das kann ich schon mal sagen. Wenn es euch gefallen hat, würde ich gerne ein Like da lassen. Oder eben einen Kommentar. Und bis dahin erstmal. Tschüss! Tschüss!